ganz einfach im jahr 2000 wurde dernbach 700 jahre alt der bürgermeister hat dann im filmteam hier zu lande da wurden wir dann mitgefilmt nur ganz wenig fünf minuten da kam die märz der südwest 3 nach uns später kam paar andere sender und dann kam ein produzent aus münchen mit fünf folgen von kabel 1 und der sagte zu uns daraus machen wir eine doku so was ist das kann man das essen nein das genau ihr drei schnauze aber ist ein abgeschlossener film okay haben wir einen pilotfilm gedreht diesen pilotfilm haben abgegeben am zichtender die waren alle interessiert dann kam aber gerade frisch ein neuer sender der hieß demax oder die max und die haben gesagt dann hat er gesagt das machen wir aber dafür ein experiment wir wussten ja nicht dass demax discovery war ihr dreht einfach frei schnauze das heißt ohne drehbuch ohne alles das wird dann sechs sieben mal so langen folge ihr kriegt jetzt mal sechs folgen